Silvester 2K Hallo Leute, Silvester 2k hier. Wir haben heute den 28.12. Das heißt, heute beginnt der Feuerwerksverkauf in Deutschland und ja, ich werde jetzt schlafen gehen und in 6 Stunden bzw. in 5,5 Stunden werde ich dann losfahren und meine Tour starten. So, guten Morgen, Leute. Es ist eine Minute vor 6 Uhr und heute beginnt der Verkauf in Deutschland für das Feuerwerk Klasse 2. Und ja, ich werde jetzt noch mal ein bisschen in den Computer gehen, ein bisschen das Forum checken und dann direkt mal duschen gehen. Genau, dann duschen gehen und was frühstücken und so wegen 7 Uhr dann zu kaufen anfangen. Genau. So, wir haben jetzt 20 vor 7 Uhr. Geduscht habe ich gerade, Zähne geputzt und alles. Jetzt muss ich nur noch frühstücken und dann kann es eigentlich schon wieder losgehen. Schauen wir mal. Ich glaube, so ein Toast ist nicht schlecht. Genau. Jo. So, ich denke, das Essen ist mir ganz gut gelungen. Schönen Kaffee und ein Toast mit ein bisschen Emmentaler. Mhmm. Und danach kann es auch schon losgehen. So, jetzt geht's los. Heute darf ich mit dem Auto von meinem Bruder fahren. Sehr nice. Hier schaut's aus. Ja, dann kann es losgehen. Jetzt geht's erstmal auf die Bank, weil ohne Geld kann ich auch keine Feuerwerkskörper kaufen. Deswegen jetzt erstmal zur Bank. Dann geht's mal. Danke schön. Danke schön. Das war's. Ja, jetzt kommt dann. So, bei der Bank war ich jetzt auch, ich denke 200 Euro müssen lang für Discounter, den Rest habe ich ja online bestellt, ja, dann fahren wir jetzt direkt mal zu Kaufland. So, bei Kaufland auch schon angekommen, jetzt schauen wir nochmal was ich da brauche und zwar Black Arrow, Jukebox, Dragonfire, Evil Lights, ja, Evil Lights, ja, schauen wir mal ob ich das kriege. So, erster Einkauf fertig, bei Handelshof habe ich alles gekriegt, habe hier nochmal ein paar Kanonschläge mitgenommen, mal schauen wie die dieses Jahr sind und nächste Halt ist Lidl. So, der Lidl Einkauf ist dann auch fertig, habe ich mir die Black Ice geholt, kopische Kanonschläge, eine Headbanger und zweimal die Alligator. Ja, dann geht es jetzt auf zu Aldi. So, bei Lidl war ich ja jetzt gerade und werde jetzt dann noch eine Viertelstunde warten und dann kommt mein Aldi Einkauf dran. Da bin ich jetzt auch gerade schon angekommen, wenn ihr es sehen könnt, bei Aldi. Ja, aber wird jetzt noch ein bisschen dauern, weil die noch nicht aufhaben, ich glaube die machen erst zum 8 auf. Ja, aber das dauert noch ein bisschen, naja. So, bei Aldi bin ich dann auch fertig, da habe ich mir das Huhnanset geholt und dreimal die Reno, natürlich. So, jetzt bin ich bei Netto angekommen und bei Netto brauche ich eigentlich nur das Superknallvergnügen und da entscheide ich jetzt auch nur spontan, was ich mir da noch kaufe. Ansonsten, mal schauen. So, wie schon gesagt, bei Netto bin ich jetzt auch fertig, da habe ich mir eben nur das Superknallvergnügen geholt, weil ich die Packung cool finde. Okay, dann geht es jetzt weiter zur Penny oder zur Norma, mal schauen. Oh Mann, ich hasse es wenn es rot ist, ich will zu Norma, zu Norma, oh Gott. Jetzt, naja, egal, jetzt bin ich dann gleich bei Norma, hol mir nochmal drei Batterien und vielleicht so ein paar Kleinigkeiten und ja, schauen wir mal. So, bei Norma bin ich jetzt auch schon angekommen und dann werde ich mir da jetzt auch noch die restlichen Sachen holen. So, bei Norma bin ich jetzt auch fertig, da habe ich mir die Earthquake geholt, die Devil's Dance. eine Rele-Batterie und von Nico die Monster Blaze. Ja, und jetzt bin ich schon bei Penny angekommen. Jetzt geht es weiter mit dem Einkaufen. So, ich war gerade beim Penny und die haben mir jetzt leider erzählt, dass es die Dubai at Night, das Krawum-Böller-Sortiment-Set und das Knall-Hart-Set nicht gibt. Ah, super, ja, hm. Okay, ja, dann muss ich wohl morgen da nochmal vorbeischauen. Ich denke jetzt habe ich ja alles bekommen, außer da beim Penny. Ich werde jetzt nach Hause fahren und auf meine Bestellung warten und alles schön einräumen. So, nun habe ich alles nach Hause gebracht und ja, eigentlich war es ein voller Erfolg, außer das beim Penny, da habe ich halt die Sachen nicht bekommen. Aber, ich denke, damit kann man sich schon mal einen schönen Silvesterabend machen. Ja, und jetzt warte ich noch auf die Online-Bestellung. Und dann werde ich die auch noch für euch auspacken. Dann viel Spaß! Ich freue mich. Es rechts da, wir haben uns gereinigt, diese Okaylerlangen. 雷. Kah så mit.